ladies und gentlemen herzliche willkommen zurück zu green project ich habe keinen ton soll das so sein ich weiß nicht ich stelle das volumen mal ein klein wenig höher so ja man hört so ein paar schritte okay was haben wir in der letzten folge gemacht wir haben mir diesen composer diesen komposthaufen hier aufgestellt der ist auch schon gut am arbeiten das regenwassersammelbecken möchte noch nicht so wirklich wir haben hier schon ein bisschen was begrünt ich bin begeistert ich würde mal sagen ich schaue mir gerade mal an ob wir ob wir ein paar weitere kraftigen rezepte haben die wir hier machen können dass wir den hier dead red das ist ja dead pig okay wir können hier scheinbar durchaus ein bisschen was machen salz können wir herstellen ok was das hier genau ist weiß ich nicht sieht aus wie ein alchemie tisch habe ich gerade eine spitzhacke gesehen was brauche ich für eine spitzhacke was ich brauche meine spitzhacke herzustellen eine spitzhacke wollte mich verarschen ach so wahrscheinlich ist das zum reparieren da eine eine kaputte spitzhacke repariere ich mit einem von diesen steinen warte mal steht hier zum beispiel bei der axt auch so was ok ok das ist gut zu wissen scheinbar kann ich mir keine neuen werkzeuge machen sondern ich muss meine werkzeuge die ich habe reparieren was habe ich noch einen seat sorter was ist das denn okay mit dem seat sorter kann ich kann ich früchte in samen verwandeln das ist natürlich warte mal dieses ding hier und was wir haben war das nicht heute mal moment mal liebe leute liebe liebe leute das sieht doch richtig aus hier war das hier war das hier war das durch was sagen dass das können wir uns doch mal das bauen wir uns doch mal einen seat sorter das ist ja genial okay gar kein problem den tue ich mir mal gerade auf nummer 4 den sollte ich am besten hier einstellen oder würde ich jetzt mal sagen f4 das sieht mir nach etwas aus was wir hier einstellen können wieso kann ich das kann ich stehe nicht hier einfach so hinstellen ist es richtig okay ich kann damit irgendwie nicht 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 interagieren okay wahrscheinlich muss ich da einfach wie bei dem composer sachen rein tun okay der sieht sorter okay 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 verstehe reparieren sicher reparieren das ist hier axtrip okay wie kommen wir an steine habe ich eine spitzhacke ich muss irgendwo eigentlich eine spitzhacke haben oder ich meine habe ich aber nicht kann es sein dass wir die spitzhacke noch irgendwie finden müssen oder so könnte das möglicherweise sein so hier mal gerade alle möglichen werkzeuge rein ist hier noch platz ich hätte gerne ein möglichst leeres inventar großartig wirklich großartig also ein leeres inventar sieht ein bisschen anders ich bräuchte noch eine kiste kann ich mir doch eine kiste machen vielleicht was haben wir hier eigentlich drin eine mausefalle okay food for chicken food for oh gott was kann man denn hier alles machen bitte stone fans okay das spiel ist ein bisschen umfangreicher möglicherweise eine wooden chest ich würde sagen wir schnappen uns den hammer und die axt darum gehen wir mal los hier wir brauchen noch ein paar bäume ich knöpfe war diesen baum hervor dann knöpfe uns mal noch diesen baum hervor weiß ich dass solche irgendwie in meine richtung aus oder oder bin ich mir das gar nicht wie nur ein so mega viele bäume habe ich hier nicht mehr warte konnte ich nicht auch diese dinger kaputt machen ja das geht zur not auch ich nehme immer noch diesen baum hier so gar kein problem okay 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 ich muss auf jeden fall was das denn kompost ach okay ist interessant ähm drei stück ich benötige wahrscheinlich noch eine säge um das zu brettern zu machen die säge sieht aber auch nicht mehr so gut aus ich brauche dringend steine ich brauche dringend steine so da täglich woche zehn bretter ok zehn bretter gar kein problem ok wir machen es noch einmal so zehn bretter den hammer und die nägel ok die nägel habe ich hier drin gar kein problem äh nägel ok eine wooden chest da mal los sehr gut ja die passt da gut hin so was tun wir hier mal rein das ist eine sehr sehr gute frage ähm das ding haben wir hier immer noch das können wir eigentlich mal gleich trinken wir können uns mal gerade eine schokolade wir können uns mal zwei schokoladen hier wir das haben wir uns aber richtig verdient ähm ich tue hier einfach mal hier die die das das compost ding das behalte ich mal gerade noch elmseed haben wir noch einen ok ich tue immer gerade alles mögliche rein ok das kann man nicht weiter stecken kein problem ja wir haben durst ich weiß ich trinke hier schon das ding wir haben das war das war wirklich sehr sehr gut ok dann pflanzen wir mal so einen weiteren baum habe ich gehört die hohe brauchen wir dafür die 1 der hammer kommt hier wieder rein das ding kann eigentlich hier rein ok ähm jetzt ist natürlich die frage wenn wir hier nach und nach weitere bäume anpflanzen ähm oh meine frage wurde soeben beantwortet ich hatte mich gefragt wenn ich diesen baum jetzt zum beispiel hier anpflanze bringt das was oder sollte ich den zum beispiel hier anpflanzen damit die sich gegenseitig boosten aber guck mal das verbreitet sich hier in die richtung ok moment zack 4 zack ha grün 2 aber warte das hat sich doch jetzt über über weitere felder ausgebreitet ok also ich scheine etwas richtig zu machen ich scheine hier wirklich etwas richtig zu machen ich bin mir nicht genau sicher inwiefern ich es richtig mache aber ähm hier sieht es prinzipiell auch noch ganz gut aus ich hoffe mal das wächst ähm ich würde sagen wir werfen den den composer nochmal an hier 1 2 3 4 und 5 let's go was ist denn jetzt schon wieder los dann würde ich mal sagen machen wir mal eine kleine erkundungstour ähm wir nehmen mal das hunting knife mit und diese peach can was ok unser unser typ wird müde ähm das ist mir aber relativ egal wir müssen jetzt hier gerade noch ein bisschen erkunden gehen ich weiß ich weiß du bist müde dude aber da musst du jetzt durch so hier sind wir ähm ich gehe einfach mal die straße entlang ja du bist sehr sehr müde ich weiß es ist alles ganz schrecklich steelwork steelwork oh hier aha toxic bubbles ja ich sehe hier einen brunnen und ich sehe hier steine steelwork ok gibt es eine möglichkeit wie ich diese steine hier abbaue aha aha ok ähm ok wir kommen hier in diese richtung scheinbar nicht wirklich weiter ich gehe mal hier ein bisschen unten am rand entlang ähm wie komme ich denn an 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 so was wie eine spitzhacke hier habe ich gelootet was ist das da unten sieht aus wie eine laterne oder so ok ich sehe schon ähm oh stone ok warte mal sind das warte mal warte mal warte mal warte mal diese steine kann ich doch bestimmt aufbereiten um damit meine werkzeuge zu reparieren oder alter wie viele steine hier sind hier sind ja quasi unendlich viele steine lalalalalalala lalalalala ok ähm du 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 ladies und gentlemen wenn ich diese steine aufbereiten kann ich will da ungern reintreten ich sammel mal steine ganz 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 viele steine ok ok das ja ach so hier ja 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 wasser scheint echt rad zu sein wenn sich das hier ausbreitet könnte ok 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 ich frage mich halt immer noch wie ok bäume pflanzen um die toxic bäume zu besiegen ja 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 ok go and see if this man is still alive ok was mutierte insekten das ist ok ok es könnte sein dass hier noch jemand lebt außer uns der aber möglicherweise mutiert ist genauso wie insekten derjenige möchte uns eventuell fressen genauso wie eventuell mutierte insekten kann ich für sowas wie ein standgewehr kraften ratatatata und dann hat sich das problem hier ok ok kann ich diese steine irgendwie aufbereiten ja dafür ruhig das zeug hier für read ok davon habe ich drei stück 1 habe ich gefunden ok geht das instant kaputt wenn ich das mache ich teste es mal gerade es geht kaputt ok es geht kaputt ja ich bin sehr sehr müde ich weiß aber wir haben jetzt tatsächlich schon vier geschärfte steine das heißt wir können damit unsere werkzeuge theoretisch reparieren das wäre doch schon mal nicht schlecht sage ich mal so was ich mir auch langfristig überlegen müsste woher kriege ich denn habe ich davor nichts mehr und habe ich das hier rein getan hier dieses tüme woher kriege ich das ding langfristig also ich kann mir quasi also ich kann das wasser ja scheinbar nicht nicht wirklich abkochen also ich sag mal so sobald diese beiden tüme alle sind bin ich am sack dass das ist klar so sobald das gott ja ich muss mich eigentlich ja ich möchte gern schlafen und ich verdurste ja das ist das ist schrecklich ich esse mal das hier nein du sollst das consume ok gar kein problem es regnet kriege etwas sauberes wasser aus ist mit mitten in der nacht es ist es 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 regnet es regnet flasche flasche nehmen es regnet was hat jetzt gemacht auf die 1 bitte hallo kollege ist das f1 ok ist das jetzt sauberes wasser ich mach mal lieber gerade die die tür zu nicht nicht dass hier gleich noch jemand reinkommt ist das jetzt sauberes wasser nein es ist es nicht nein ja genau ähm ok warte mal wenn ich ok welches wasser ist besser warte mal ok dieses wasser hier bringt scheiße egal ob ich das wasser das ist ja genau gleich verseucht what the fuck ja geil ich tue das barad beides hier rein ähm oh warte mal kann ich das doch abgucken hier steht einfach boil ne warte mal warte mal warte mal kann ich das ok kann ich das wasser doch abkochen also ich koche scheinbar gerade das wasser wo ist wo ist die flasche wo ist meine wo ist meine feldflasche ok ich warte mal bis das abläuft in der zwischenzeit kann ich mal versuchen meine werkzeuge zu reparieren ähm das zeug brauche ich dafür wo habe ich die werkzeuge hingetan hier unten oder wo habe ich die rein getan genau unsere axt müsste dringend mal repariert werden so geht das mal gucken die ist wieder voll das ist ja mega op alles klar so und hier haben wir die feldflasche wir können wasser abkochen alles klar wir haben unsere trinkprobleme erledigt ja 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 du ja hier kochner wir würden uns einfach nein du sollst du sollst das trinken es ist geil es ist geil wir können wasser abkochen wir können wasser abkochen ja dann äh gib ihm da kochen wir mal weiter ab hier das will ich jetzt aber mal weinen hier wozu habe ich denn dann draußen ach so weil sich das hier dann natürlich nicht von alleine nachfüllt logischerweise okay dieses mit ich habe es in der hand und ich habe es nicht mehr das ist schon minimal nervig möchte ich mal anmerken okay das bedeutet so f1 dass wir bitte rein tun zwei stück so hier mal wieder eine schöne schöne flasche hier war richtig geiles wasser hiervon könnten wir bald eigentlich mal wieder eins essen okay unsere wasserversorgung steht ich kann wasser einfach so abkochen gar kein problem unsere wasserversorgung steht wir haben unendlich zu trinken also verdursten werden wir schon mal nicht jetzt ist natürlich die frage mit essen ich habe zwar noch diese MRE-Pakete aber ich bräuchte natürlich langfristig etwas zu essen und wenn ich mir so unsere Felder angucke das kann noch ein bisschen dauern also äh ja das kann hier echt noch ein bisschen dauern wie geht es unseren Bäumen ja geht 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 kann ich schon Fallen bauen kann ich schon sowas wie Fallen bauen habe ich so etwas wie Fallen überhaupt schon gesehen ach Moment ich wollte erst noch unser Werkzeug hier reparieren unser zweites die Säge so einmal die Säge einmal das und sehr gut Säge das kann hier rein die Axt kann hier rein kann ich das stacken sehr gut okay gegen die Radioaktivität okay wie kommen wir an dieses Thüme ich habe da jetzt noch zwei Stück von aber das reicht halt nicht ewig warte mal warte mal kann ich kann ich das Thüme anbauen warte mal ich muss mir gerade warte mal kann ich ich nehme das ich kann ich kann das nicht in in meine Laste ziehen ich dachte ich könnte das vielleicht ein Thüme rein tun und es geht aber nicht scheinbar doch warte mal F3 nee das scheint irgendwie doch nicht zu gehen ich dachte ich könnte das hier vielleicht rein tun und daraus dann irgendwie die Samen bekommen aber es scheint offensichtlich nicht zu gehen schade okay Bahnversuch wert ähm wie komme ich denn dann langfristig an dieses Thüme weil also trinken kein Problem aber die Radioaktivität muss ich ja auch irgendwie runterkriegen und Essen müssen wir halt auch mal sehen also ich habe jetzt noch zwei Stück davon woher habe ich die denn nochmal bekommen habe ich die einfach bekommen als ich Sachen kaputt gemacht habe oder ich bin mir da gerade unsicher woher habe ich das nochmal bekommen kann ich das einfach mal hier zwischenlagern ich meine das Ding ich tue das mal hier einfach gerade alles rein so als Zwischenlagert das Hunting Life nehme ich mal mit okay ähm ja ich würde sagen das soll es auch für diese zweite Folge gewesen sein ähm ich weiß noch nicht so genau wie wie das Ding hier funktioniert vielleicht finden wir das in der nächsten Folge raus wir haben auf jeden Fall unser Wasserproblem gelöst wir haben unendlich zu trinken ähm wir wissen auch jetzt wie wir unsere Werkzeuge reparieren das was ich noch nicht weiß ist jetzt natürlich wie ich äh vernünftig an Essen komme weil das Anpflanzen dauert zu lange ich bräuchte eigentlich sowas wie Fallen ich kann nochmal gerade irgendwie schnell gucken ob ich hier irgendwie ja doch hier klar Fallen ja dafür bräuchte ich aber diesen ganzen Kram hier okay picktrap picktrap ne picktrap könnten wir mal versuchen vielleicht können wir uns irgendwie ein Wildschwein oder so fangen keine Ahnung mal gucken ähm ja und wichtig ist auch wie wir an dieses Tüme kommen vielleicht muss ich hier einfach ein paar Sträucher kaputt kloppen oder so schauen wir mal in den Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Green Project haut rein bis dann und ciao ciao